Der Pekst hat deinen ganzen Sand. Na, sie planscht, ne? Ja. Das musst du jetzt in Eierpampe machen. Na, geht aber noch, ne? Ja. Tja, aber wieso kann es gehen? Wenn Peks badet, ist der Spatzenwand nass. Okay, scheint dich nicht zu stören. Wunderbar. Dann hau rein, Baby. Süßnase. Ja, hast ihm deinen Schwanz ins Wasser gehalten, ne? Ja. Schlucht er jetzt hinterher. Ja, und so ist es. Jetzt haben wir noch ein paar Aufmerksamkeit. Ja, das weiß ich nicht.